Herzlich willkommen zum Börsencocktail. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, dann gibt es noch einen Kauf und einen Verkaufstipp. Aber jetzt, wollt ihr ganz ohne Risiko 10'000 Franken gewinnen? Das gibt es ja sonst eigentlich nie. Dann macht unbedingt mit beim Finanz- und Wirtschaftsbörsenspiel. Spiel mit beim Finanz- und Wirtschaftsbörsenspiel. Zum allerersten Mal kannst du ein Team zusammenstellen und ans Start gehen lassen. Deine Aktien gegen alle anderen Aktien. Und wer am besten ist, der gewinnt am Schluss einfach mal so 10'000 Franken und mehr. Das Ganze ist natürlich gratis. Du kannst dich jetzt sofort anmelden. Am 18. Oktober geht es dann richtig los. Und wenn du richtig auf die Aube druckst, dann bist du am Schluss der Erste. Viel Glück dabei. Das heutige Thema lautet, wie wichtig sind Zinsen eigentlich für die Börse? Philipp, was meinst du? Anleger können sich nicht mehr auf die Zinsen verlassen. Das haben wir vergangenes Jahr gesehen und das sehen wir auch jetzt wieder. Eigentlich gilt ja, wenn sich der Ausblick für die Wirtschaft verschlechtert, dann sinken die Aktienkurse und dann sinken auch die Zinsen. Wenn die Zinsen sinken, dann steigen die Kurse der Obligationen. Die bewegen sich immer gegenläufig. Das ist ein Mechanismus. Wenn das Zinsniveau fällt, dann steigen die Kurse der Obligationen. Und dann sind die Obligationen ein Anker im Portfolio für schlechte Zeiten. Aber das hat jetzt leider nicht mehr funktioniert. Im Jahr 2022 ist der Swiss-Market-Index 14% gesunken und gleichzeitig ist der Swiss-Bond-Index 12% gesunken, also fast gleich viel. Anleger haben da wirklich Geld verloren. Dabei haben wir doch gelernt, lege nicht alle Eier in einen Korb. Man soll im Portfolio Aktien und Anleihen mischen, damit sich dann das gegenseitig ausgleicht und damit man nicht in der Bäs vor lauter Panik verkauft. Wie das jetzt weitergeht und ob das Mischtportfolio für die Zukunft wieder tauglich wird oder nicht, darüber sprechen wir auf der Finanz- und Wirtschaftsredaktion auch immer wieder mit Anlageexperten. Und deren Meinung ist ganz unterschiedlich. 2022 sei ein Schockerlebnis gewesen, sagt etwa Ivan de Plazes, er ist von der Zürcher Kantonalbank. Jetzt, sagt er aber, mit den mittlerweile höheren Zinsen sei die Basis für ein Mischportfolio wieder gut. Auch Johanna Kürklund von Schroders sagt, wegen einem schlechten Jahr ist das Mischportfolio nicht gleich tot. Und Anlagechefin Sibyl Wies von der Basler Vermögensverwaltung Tarena sagt, wenn die Notenbanken die Inflation wieder in den Griff bekommen, dann wirkt auch das Mischportfolio wieder gut. Im Gegensatz dazu sagt der Zürcher Finanzprofessor Thorsten Hens, er habe über das Mischportfolio immer geschimpft, weil die Diversifikation zwischen Aktien und Obligationen funktioniere nur, wenn die Zinsen sinken. Wer hat recht? Silvia, was meinst du, wie geht es weiter? Ist das Mischportfolio für die Zukunft gut aufgestellt oder funktioniert das nicht mehr? Ja, ich würde wirklich sagen, Philipp, das steht und fällt mit der Korrelation, die hast du schon angesprochen. Wir zwei haben noch gelernt, ein ganz grundsätzlicher Anweisung in der Portfoliokonstruktion ist ja Aktien und Anleihen mischen, weil sich die Kurse dann gegenläufig bewegen und das gibt eine gewisse Stabilität im Portfolio. So habe ich das gelernt und das wäre ja eigentlich eine negative Korrelation. Und wie wir das auf der Grafik sehen, das ist zugetroffen seit der Jahrtausendwende. Die zwei Anlageklassen waren den größten Teil dieser Zeitspanne negativ korreliert. Aber, und das sieht man jetzt auch ganz deutlich, da gibt es wahrscheinlich einen Regimewechsel. Und du hast es angesprochen, im 2022 gab es ein Blutbad bei den Aktien und bei den Anleihen. Die Zinsen waren gestiegen und die Kurse haben zusammen nach unten korrigiert. Das ist die positive Korrelation. Wenn sich die Kurse zusammen nach unten bewegen, dann führt das leider zu einem Blutbad, wie ich gesagt habe, im Portfolio. Und der September jetzt, der war ja ganz ähnlich. Auch da haben fast alle Anlageklassen eigentlich eine negative Performance erwirtschaftet. Ein Anlagespezialist genau hat mal gesagt in der F&W von 2000 bis 2020, das sei so die goldene Zeit für das Mischportfolio gewesen. Kommt jetzt diese vielleicht doch wieder zurück oder was meinst du? Ich denke, es wird schwierig, wenn die zwei Anlageklassen tatsächlich positiv korreliert sind. Ich glaube, der große Unterschied zwischen jetzt und dem Beginn des Jahrtausends, und ich gebe ungern den Zentralbanken die Schuld, aber ich denke, da hat sich wirklich auch ein Regimewechsel bei den Notenbanken einfach eingestellt. Und zwar war die Inflation die große Abwesende bis zur Pandemie. Die Notenbanken konnten das Wachstum kräftigen, sie konnten die Finanzmärkte immer mal wieder retten mit ganz viel Liquidität. Und der Fokus hat sich jetzt komplett geändert. Jetzt müssen die Notenbanken tatsächlich die Inflation im Zaum halten. Und es gibt ja viele Stimmen im Markt, die sagen, die Inflation bleibt auch auf längere Sicht einfach erhöht. Insofern hat das meiner Meinung nach schon damit zu tun, dass sich eben auch ein Regimewechsel im Denken der Notenbänker abgespielt hat. Da können wir uns also eher nicht auf die Zinsen verlassen. Wie war es dann früher? Gab es schon mal einen Regimewechsel? Ja, also in der Grafik, die wir sehen, so von 1970 bis zur Jahrtausendwende eben bestand diese positive Korrelation auch schon. Also es ist nicht so, dass das ein komplett neues Umfeld wäre eigentlich. Aber ich muss dich jetzt auch mal fragen, eben die Zinsen sind gestiegen und wir haben ganz viele Interviewpartner schon zu Beginn des Jahres gehabt, die haben gesagt, also bei steigenden Zinsen bloß Finger weg von Wachstumsaktien, die sind sehr zinssensitiv. Aber die glorreichen Sieben beispielsweise, die haben doch den grössten Teil des Jahres gute, sehr gute Performance eingebracht. Was steckt denn da dahinter? Ja, das ist wirklich frappant. Die Prognosen, die sind alle daneben gelegen. Und eigentlich diese Wachstumsaktien, diese Technologieaktien, die vom Hype und künstliche Intelligenz profitiert haben, die sind ja eigentlich gerade besonders empfindlich, wenn die Zinsen hoch sind, weil die Gewinne liegen weit in der Zukunft. Die werden dann abgezinst auf heute und wenn die Zinsen hoch sind, ist dieser Gegenwartswert eigentlich tief. Die Bewertung ist tief, das drückt im Prinzip den Wert der Unternehmen nach unten. Aber die Kurse sind einfach gestiegen. Da sieht man, die Zinsen sind schon ein wichtiger Einflussfaktor für die Börse. Aber wenn so eine Geschichte kommt wie künstliche Intelligenz, dann wird das völlig überlagert und dann können sich die Anleger auch hier halt nicht mehr auf die Zinsen verlassen. Wenn wir jetzt nach vorne blicken, noch ein bisschen in die nähere Zukunft. Viele Beobachter befürchten ja, dass jetzt die Rezession doch noch kommt. Dann würden vielleicht auch die Zinsen dann wieder ein bisschen fallen. Was meinst du, Silvia, kommt die Rezession oder schrammen wir daran vorbei? Ja, ich denke, wir haben ja wirklich einen Zinshammer erlebt. Der schlägt sehr früh am Immobilienmarkt ein. Da merkt man das relativ früh, gerade in den USA, in der Schweiz auch mit Verzögerung. Aber bei den Unternehmen, vor allem bei den grossen Unternehmen, denke ich, hat dieser Zinshammer noch gar nicht so richtig zugeschlagen, weil die sich sehr clever verhalten haben. Viele Grossunternehmen haben sich noch in der Niedrigzinsphase, haben sehr langlaufende Anleihen ausgegeben, um sich Kapital zu beschaffen. Und davon zehren die noch. Das heisst, die spüren diesen Zinsanstieg noch gar nicht so. Also das heisst, die Notenbanken setzen zwar die Zinsen hinauf oder haben sie hinaufgesetzt, aber das kommt jetzt erst dann langsam bei den Unternehmen an. Der Schuldendienst ist noch gar nicht so hoch. Genau. Also die Notenbanken haben den Zins nach oben genommen. Das ermöglicht aber den grossen Unternehmen auch, ihr Cash zu hohen Zinsen anzulegen. Und die Verschuldungssituation oder die Verschlechterung der Verschuldungssituation, die merken sie erst mit starker zeitlicher Verzögerung. Das mag ein bisschen anders sein bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Das muss man ein bisschen im Auge behalten. Ich denke, da bröckelt so dieses eher positivere Konjunkturszenario bereits auch in den USA. Und was sollen jetzt die Anleger machen, wenn es so ein bisschen bröckelt? Soll man jetzt, soll man Obligationen kaufen oder nicht? Naja, ich würde schon sagen, dass man Anleihen bei diesem Zinsniveau absolut mit im Portfolio haben sollte. Vor allem, man muss als Anleger halt diese Obligationen auch bis zum Ende der Laufzeit halten können. Das heisst, man muss nicht gerade zehnjährige Anleihen kaufen, sondern vielleicht kürzer laufende. Absolut, weil wenn wir jetzt die Zinsstrukturkurve anschauen, die ist relativ flach und horizontal, mehr oder weniger in allen Industrieländern. Dann ist der Renditeunterschied, den man bekommen kann von einer zehnjährigen Anleihe zu einer drei- oder fünfjährigen Anleihe oder eventuell sogar zum Geldmarkt so gering, dass es keinen Sinn macht, das Kapital auf solch lange Zeit zu binden. Aber eben, und das ist auch der Unterschied, im diversifizierten Portfolio bringen die Anleihen jetzt eben auch einen guten Ertrag ein. Und das ist der große Unterschied von vor fünf oder sechs Jahren noch. Also eher ein bisschen kürzer laufende Anleihen kaufen. Für die Aktienbörse ist ja der Ausblick schwierig, finde ich. Die Stimmung ist sehr schlecht. Viele Leute sagen Finger weg von Aktien, kein guter Kaufzeitpunkt. Auch die Vermögensverwalter, die wir kürzlich befragt haben, niemand ist taktisch in Aktien übergewichtet, alle sind vorsichtig. So die richtig, die Kapitulation, die spürt man aber noch nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Man sagt ja oft, es braucht noch einen letzten Ausverkauf, bis dann die Börse wieder dreht. Also ich vermute, es braucht noch ein bisschen, bis wir die Talsohle durchschritten haben. Simon, du hast aber trotzdem jetzt, auch wenn die Aussichten ein bisschen unsicher sind, du hast konkrete Aktientipps. Genau, ich fange aber gleich bei den schlechten Nachrichten an und zwar beim Verkaufstipp und das wäre heute der Asset Manager Gam, der verliert seit Monaten Kundengelder. Also das ist wirklich einfach ziemlich schlecht, wie es bei denen gerade läuft. Und es ist zwar ein neues Management da am Helm, aber es sieht nicht unbedingt so aus, als würden die sich jetzt schon beweisen und ob die sich beweisen, steht noch aus. Also im Moment würde ich sagen, die Titel verkaufen. Dann die guten Nachrichten sind beim Technologieunternehmen Comet. Die haben im Moment eine ziemlich günstige Bewertung, also da könnte man auf jeden Fall einsteigen und der neue Investitionszyklus von der Halbleiterindustrie, also wie du es vorher gesagt hast, Philipp, KI und Chips und so weiter. Dieser neue Zyklus, der wird demnächst einsetzen und das soll der Aktie einen schönen Schub geben. Und wenn ihr diese Tipps risikofrei testen wollt, dann macht auf jeden Fall mit beim Finanz und Wirtschaft Börsenspiel.